Seacrouds Es geht da darum, Punkte zusammen zu sammeln Und zwar durch Aktivität in den Livestreams Die Punkte werden nur in Aktivität für Livestreams gesammelt Und Christian hat es geschafft Er hat seinen Rang verbessert Ist jetzt eine Galleonsfigur bei uns Und dazu gehört schon einiges Nämlich über 79 Stunden Viewtime Und ja, er hat Punkte gesammelt War sehr aktiv 461 Punkte, soweit ich weiß Der höchste Wert, den wir bis jetzt hatten Und dazu meinen allerherzlichen Glückwunsch Denn du hast im Januar 2019 Jetzt hier diesen Wanderpokal sozusagen Errungen Da ich weiß, dass du aktuell glaube ich Nicht bei uns im Discord bist Käpte dir jetzt einmal Die Möglichkeit, entweder du kontaktierst uns Im Discord, du joinst Dem Discord, der Link ist unten in der Videobeschreibung Oder du schreibst Eine E-Mail an seacross.gmail.com Oder du kommst ins Teamspeak Und wir sprechen kurz miteinander ab Was wir dir dann da Als kleines Boni Als kleinen Dankeschön Boni Übergeben dürfen Für die Aktivität im Januar Für alle anderen, die gerne mal Erster werden müssten In unserem Crowdfunding Programm Ja Die führende Rolle übernehmen möchten Um es mal so auszudrücken Es fängt jetzt wieder alles bei Null an Und Ja, das heißt Ihr habt quasi vom 1. Februar Der quasi ja heute ist Bei jedem Livestream Die Chance Punkte zu sammeln Und am Ende des Monats Februar Werden wir dann wieder den nächsten Gewinner ziehen Das läuft ganz einfach Wir verteilen Punkte Alle 10 Minuten für Aktivität Bei uns im Live-Chat Also nicht nur Anwesenheit Sondern auch chatten Und einfach aktiv sein, teilnehmen Und ja Wir haben jetzt schon den dritten Gewinner Und in dem Programm Herausgesucht sozusagen Also Es geht immer weiter Und Ich möchte noch dazu sagen Seacross hat im Februar Geburtstag Das heißt, wir werden reichlich streamen Wir werden auch So Das ein oder andere kleine Geschenk verteilen Also seid schön fleißig dabei Und Alle, die hier mitgemacht haben Beim Crowdfunding-Programm Haben ja sowieso einen großen Vorteil Denn Ihr habt die 4 Stunden Viewtime Die jetzt seit 1. Februar bei uns gelten Um In Livestream-Gewinnspielen bei uns mitzumachen Auf jeden Fall erreicht Und Ja Seid dann aktiv dabei Und könnt Jetzt auch im Februar bei uns Die Kleinigkeiten, die wir so raushauen Für euch Ja, abstauben Und von daher Ich freue mich auf euch Im nächsten Livestream Und sage Danke an euch alle Für eure Aktivität Ihr macht Seacross Vor allen Dingen den Livestream Und auch Die Videos natürlich Alles, was wir so haben Zu dem, was Seacross In der Fangemeinde In der Community ist Und dazu sage ich einfach nur Danke Bis zum nächsten Video Hier auf dem Seacross-Kanal Dem Infotainment-Portal Rund um World of Warships Haut rein Habt ein schönes Wochenende Ciao, ciao Seacross Seacross Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal